so toll unweit fliegen die granaten so ich habe Ok, waren das alle? Nein, das waren nicht alle. Ok. Okay, gesichert. Turmstone, geht runter zum Fluss. Wir arbeiten einen neuen Körn aus. Verstanden? Verstanden. Over. Los, lass uns hier verschwinden. Oh, schön die Fahrstuhlmusik. Leck mich am Arsch. Hey. Bekommst du etwa Platzangst hier drin? Man packt nicht der Fahrstuhl, macht mir Sorgen. Sondern die Höhe. Damit komm ich nicht klar. Willst du mich verarschen? Was? Ich lieb dieses Lied. Ist ein scheiß guter Song. So weit, so gut. Ich geh vor. Auf geht's, Wrecker. Abloch. Letzter Fuß. Verstanden. Wieder. Das ist das, was ich glaube. Genau meine Kraftweite. Fortress, hier Tombstone 4. Letzte Meldung wiederholen. Wiederholen. Können aktuelle Position nicht halten. Ihr habt 30 Minuten für die Rückkehr zum Schiff. Fortress over. Tumenschrauber über den Platz. Bestätiger. Deckungsfeuer. Okay. Natürlich, ich würde ja auch schon ohne euch gehen, wenn ihr nicht vor Lama schicken würdet. Aber wir müssen ja jetzt mal aufräumen, sonst kommt keiner lebendig an. Oh, ich dachte, das wäre einer von uns. Oh, ich bin geblendet. Hinter uns. Alles klar, es kann losgehen. Ich bin bereit. Achtung, ich schieße es. Bestätigt. Gib mir Feuerschutz. Bestätiger Abschluss. Okay. Okay. Ich gehe ein bisschen vor, Jungs. Ich gehe ein bisschen vor, Jungs. Okay. Oh, da ist ein Panzer. Verdammt. Vielleicht bringt das mal was. Oh, mein Gott. Richtig gearscht. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Oh, der Panzer kommt. Oh, der Panzer kommt. Bereits zum Abmarschwecker. Okay, dann kann man... Wow. Schnell durch. Oh, Gott. So. Ihr kleinen Schlawiner. Ihr seid weg. Mit mir nicht. Oh, hier geht's. Doch, da geht's. Okay, dann lassen wir die Gegner mal in Ruhe. Wir müssen weiter. Oh, mein Gott. Auch leben. Okay, kommt mit. Sonst sind wir richtig gearscht. Ich laufe schon mal vor. Okay, das sollen wir auch. Weil, ähm... Warte mal her. Wir haben noch nicht ganz in den Angriff angekommen. Ich hoffe doch. Hier müssen wir lang. Okay, und nun? Wo müssen wir hin? Ach, hier. Bestimmt eine Falle, oder? Ich weiß nicht. Wir müssen zum Fluss. Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Da ist eine. Wir wehren uns alle. Changs Truppen sind zu stark. Wir hängen fest. Wir brauchen eure Hilfe. Bleib hier und schützt sein Kindlosraker Bewegung. Wir werden den Panzerwreck? Ja. Zerstöre den Panzer. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Weil mit meiner Waffe kriege ich den, glaube ich, nicht so einfach tot. Oder habe ich ganz zufällig eine andere Waffe bekommen? Nein, habe ich nicht. Okay. Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Wir erledigen ihn und sehen zu, dass wir auf dem Fluss aus der Stadt rauskommen. Dieser patrouillende Panzer ist nur zum Weg. Wir sollten uns das mal von oben ansehen. Was ist mit dem Gebäude? Oh, wartet. Wartet mal kurz. Guckt man hier denn nicht rein? Hier sind doch so Kisten in dem Haus. Ich sehe sie doch. Auf der Karte. Könnten wir eigentlich jetzt die vier nehmen und die zerstören, oder? Also, guck mal hier. Dann packen wir hier mal. Okay, ich kann jetzt den Panzer zerstören, wenn ihr wollt. Ich bin aber auch draufgegangen. Verdammt. Ich hatte jetzt Angst, dass ich durch ihn sterben werde. Deswegen habe ich lieber gleich zugeschossen. Na, das war jetzt nicht so gut. Ja. Ich kümmere mich darum. Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Wir erledigen ihn und sehen. Patrouillende Panzer ist schon zum Weg. Okay, ähm. Ja, ist es. Ich bring's mal mit, ne? Feuer, schau! Okay, das Gute ist, wir wissen jetzt, wo der herkommt, in etwa. Können wir da Minen legen. Dann setzen wir mal. Ich glaube, hier kommt der her, ne? Nice. Das ist ein Sprengstoff. Das Gebäude ist noch welcher. Der geht auf uns los. Nice. Dankeschön. Vorsicht, Wacker! Noch ein Panzer! Noch einer? Wo? Ja, mach ich Okay Okay, ein Boot brauchen wir Na, danke schön Ich darf wieder vorgehen Ja, mit dem können wir, glaube ich, nicht mehr fahren Oh, der kommt ganz zufällig ins Hergefahren Und da sitzt nicht mal jemand drin, ey Doch, da sitzt man hier Ach hier Alles okay? Ja, klar Fortress, hier ist Tombstone 4 Willkommen in einem zivilen Boot Over Hier Fortress Okay, beeilung Die alte Rostschüssel ist nicht gerade in Speedboat Over Hier ist Fortress Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone Steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lagedack Oh Gott Oh Gott Das war ausreden, ihr Pi-Schlag Keine Sorge Der zerstört Elektronik Keine Menschen Wir müssen die Leute hier raus und in Sicherheit bringen Fortress, hier ist Tombstone, komm Scheiße Alles tot Sieh mal die Bote Die ganzen Leute, die sitzen auf dem Präsentierteller Folgt uns! Folgt uns! Wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier lassen, Pack Folgt uns! Wir bringen uns zu USS Mercury Bist du nicht ganz dicht, Irish? Ich bin völlig klar im Kopf Folgt uns! Ihr müsst uns folgen! Wir bringen euch in Sicherheit! Los! Fortress, hier ist Tombstone, komm Over! Fortress, hier ist Tombstone, komm Geht es eine gute Idee, die Zivilisten zu retten?